Hallo, ich bin Philipp Kainz, ich bin Zauberkünstler und ich freue mich darauf, Sie am 20. September um 18.15 Uhr bei Küchenkeliwitz zu verzaubern. Dort werden Sie unter anderem bei der Magischen Nacht der Möbelmeile sehen, warum nicht rot oder warum nicht gelb. Das ist einfach so rot, ist das neu gelb. Und dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Ich freue mich auf Sie, alles Liebe.